5. März 2018, 8 Uhr 33, der Oscar-Moderator spielte mit bissigen Seitenheben auf den Skandal um sexuelle Übergriffe an. Bei der Gala bekam aber auch die Panne mit dem falschen Siegerumschlag vom Vorjahr ihr Fettweg. Facebook, Twitter, Google, E-Mail, Druckenvideo, 0 Uhr 43, Min, Jimmy Kimmel nimmt, Missbrauchsskandal in Hollywood ins Visier, Videoplayer is loading. Play-Video-Pause-Mute, 0 Uhr 8, 0 Uhr 43, loaded, 0% 0 Uhr 8, Progress, 0% Stream-Type live, minus 0 zu 35, Videoteilen, Playback-Rate, eine X-Chapter-Rip, Tas-Descriptions, Descriptions of, Selected Subtitles, Subtitles, Settings, Open, Subtitles, Settings, Dialogs, Uptitles of, Selected Audio Track, Default, Selected Fullscreen, This is a Modal Window. Beginning of Dialog Window, Skype will cancel and close the window. Close Modal Dialog, This is a Modal Window. This modal can be closed by pressing the Skype key or activating the Close button. Close Modal Dialog Teilen in, This modal can be closed by pressing the Skype key or activating the Close button. Play-Mute, 0 Uhr, 0 Uhr loaded, 0% Progress, 0% Stream-Type live, 0 Uhr Playback-Rate 1, X-Fullscreen-Video erneut abspielen. Nächstes Video in 5 Sekunden Academy Awards The Shape of Water gewinnt Oscar für den besten Film und 3 weitere Academy Awards. Wenn Sie in diesem Jahr Ihren Namen hören, stehen Sie nicht gleich auf. Geben Sie uns eine Minute. Oscar ist der beliebteste und am meisten respektierte Mann in Hollywood. Schauen Sie ihm sich nur an, er behält immer seine Hände bei sich und sagt nie etwas Unhöfliches. Und das Wichtigste, er hat überhaupt keinen Penis. Wenn wir es gemeinsam schaffen, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ein Ende zu setzen, dann sind Frauen nur noch ständig Belästigungen an jedem anderen Ort ausgesetzt. Mehr zum Thema Advertisement Spotton News Spotton News Spotton News Live Blog